Nachdenkseiten Die kritische Website Impfen, was die Spritze hergibt Bertelsmann Stiftung nimmt hohe Priesterin der Ethik als Kuratoriumsmitglied auf. Ein Kommentar von Markus Klöckner Ab dem 1. September begrüßen wir ein neues Kuratoriumsmitglied. Heißt es in einem aktuellen Tweet der Bertelsmann Stiftung. Bei dem neuen Mitglied handelt es sich um Alena Büx, die ehemalige Vorsitzende des Ethikrats. Büx wurde bundesweit in der Corona-Krise bekannt. Unter ihrem Vorsitz bot der Ethikrat in der Öffentlichkeit ein Erscheinungsbild, das viele als katastrophal wahrgenommen haben. Nun rollt Bertelsmann den roten Teppich für die Frau in Rot aus. Büx hatte betont, dass sie die Corona-Impfung als eine moralische Verpflichtung betrachtet. Auch legte sie eine Impfung von Kindern mit Down-Syndrom oder schwerem Herzfehler mit noch nie zugelassenen Impfstoffen nahe. Mit Büx als Kuratoriumsmitglied tut sich die Bertelsmann Stiftung im Hinblick auf ihre Außenwahrnehmung keinen Gefallen. Die Reaktionen unter dem Tweet sprechen Bände. Alena Büx prägte in der Corona-Krise maßgeblich den öffentlichen Diskurs mit. Medienauftritt folgte auf Medienauftritt. Die Expertise der obersten Ethikerin des Landes war gefragt. Und die Erklärung dafür liegt auf der Hand. Die schwersten Grundrechtseinschränkungen seit Bestehen der Republik, ja überhaupt die gesamte Corona-Situation, verlangten nach einer ethischen Einordnung. Soweit so in Ordnung. Doch damit hört es dann schon mit dem In-Ordnung-Sein auf. Aus welchen Gründen nämlich eine Corona-Impfpflicht als ethisch verstanden werden konnte, das haben viele Bürger bis heute nicht verstanden. Vermutlich so, wie Büx nicht verstehen konnte, warum Bürger sich dem Segen der Impfung widersetzten. Und da ist er sichtbar, der Abgrund. Eine Chefethikerin, die sich hinter die Ausweitung der Corona-Impfpflicht stellt? Das heißt unterm Strich, zu unterstützen, dass Arbeitnehmer unter schwerstem existenziellen Druck zu einer Impfung gegen ihren Willen geradezu genötigt wurden? Das ist nicht ethisch, sondern eine Bankrotterklärung der Ethik. Und wie konnte man als Ethikerin nicht jene unterstützen, die Bedenken gegen neue, hochumstrittene Vakzine haben? Deutlich wird, Büx und Teile der deutschen Gesellschaft, Teile der deutschen Gesellschaft und Büx, das ist eine Beziehung, bei der das Tischtuch seit langem zerschnitten ist. Die Verantwortlichen bei der Bertelsmann Stiftung möchte man fragen, ob ihnen überhaupt klar ist, welches Signal sie als Stiftung mit der Besetzung von Büx in Richtung der Gesellschaft senden, vor allem auch in der aktuellen Situation. Das Thema Aufarbeitung der Corona-Politik ist für viele Bürger sehr wichtig. Derzeit ist ein Tauziehen, um die Aufarbeitung zu beobachten. Und Büx wirkt für nicht wenige wie ein rotes Tuch. Anders gesagt, eine Person, deren Handeln als Spitzen des Ethikrats von vielen Bürgern als Totalausfall betrachtet wird, soll nun als Kuratoriumsmitglied einer Stiftung dienen, die sich Menschlichkeit auf die Fahne geschrieben hat. Nur, war die Corona-Impfung menschlich? Schicksale, die auch auf diese Maßnahmen zurückzuführen sind, zeigen, wie tiefgreifend, wie schwer und letztlich fatal die politischen Weichenstellungen waren. War es menschlich, Kinder stundenlang mit Masken im Schulunterricht sitzen zu lassen und ihnen zu verbieten, auf einen Spielplatz zu gehen? Nahezu der gesamte Umgang mit Kindern und Jugendlichen während der politischen Maßnahmen Exzesse war von einer staatlichen Übergriffigkeit geprägt, die in einer Demokratie nichts zu suchen hat. Experten sprechen längst von einer strukturellen Kindeswohlgefährdung. Büx stand in einer historischen Situation aufgrund ihrer hervorgehobenen Position an einer Schaltstelle. In ihren Händen lag die Möglichkeit, in dieser dunklen Zeit wenigstens den Stern der Ethik leuchten zu lassen. Als hohe Priesterin der Ethik hätte sie mit ihrem Wissen, mit ihrem exklusiven Zugang zu den großen Diskursplätzen des Landes die Schwächsten in unserer Gesellschaft die Kinder verteidigen müssen. Doch die Politik ließ Kinder, die das geringste Risiko im Hinblick auf einen schweren Covid-Verlauf hatten, leiden für die Erwachsenen. Das war nicht nur sinnlos. Es war ein eklatanter Bruch mit einer Politik, die sich über ein Gremium mit dem Namen Ethikrat versucht hat, ethische Legitimität bescheinigen zu lassen. Büx hätte jeden Tag Alarm schlagen müssen, im Interesse der Kinder. Die Gesellschaft durfte von einer Ethikrat-Vorsitzenden erwarten, dass sie die Daten des Robert-Koch-Instituts genau wie dessen Wirken grundlegend öffentlich-kritisch hinterfragt. Wie solide waren etwa die Inzidenzen? Selbst Laien haben erkannt, hier stimmt etwas Grundlegendes nicht. Wo war eine Ethikrat-Vorsitzende? Ja, wo war der Ethikrat, als es darum ging, angebliche Erkenntnisse des RKI bzw. der Regierung mit Nachdruck zu hinterfragen? Es ist ja nicht so, dass die Offenbarungen in den RKI-Protokollen völlig überraschend sind. Und dennoch empfahl der Ethikrat unter Büxvorsitz im November 2021 flächendeckendes 2G und unterstützte damit eine politische Entscheidung, durch die viele ungeimpfte Kinder, Jugendliche und Kinder ungeimpfter Eltern einen Winter lang systematisch aus dem sozialen Leben von Sport- und Freizeitveranstaltungen ausgeschlossen wurden. Monatelange Schulschließungen, Sportvereinsverbote, geschlossene Spielplätze – all das hat der Ethikrat nicht nur am Rande abgenickt, sondern aktiv befürwortet, heißt es kommentierend auf der Plattform NIOS. Bei Lichte betrachtet? Büx war politisch bequem, sie war keine Rebellin. Doch nach einer Rebellin hat die Ethik in dieser Zeit gerufen. Der Ruf der Ethik in schwerer Not stieß auf taube Ohren. Dass Büx Haltung ihre Einlassungen, ihre Aussagen in der Corona-Zeit von vielen Bürgern als inakzeptabel betrachtet wird, ist nachvollziehbar. Wenn nämlich eine Akteurin die Bühne betritt, von der die Gesellschaft geradezu per Definition ein alles überragendes ethisches und mindestens vieles überragendes intellektuelles Verständnis erwartet, dann muss geliefert werden. Wer leitet, wer führt, wer der Regierung beratend zur Seite steht und durch öffentliche Äußerungen letztlich auch zur Gesellschaft spricht, dem obliegt große Verantwortung. Genau daran ist Büx zu messen. Genau daran messen kritische Bürger Büx. Und genau dieser Aufgabe ist Büx nicht gerecht geworden. Zumindest wird das aus einer schier unendlich langen Reihe an Stimmen sichtbar, die an Büx kein gutes Haar lassen. Büx hatte in einer Nachrichtensendung öffentlich Folgendes gesagt. Noch ist da ja noch nichts zugelassen. Deshalb kann man im Moment einfach noch nichts anbieten, außer bei wirklich absoluten Risikopatienten. Also, was weiß ich, Kindern mit Down-Syndrom, Kindern mit Herzfehler. Da könnten Ärzte das sozusagen off-label machen, also außer der Reihe. Die Tragweite dieser Aussage ist geradezu ungeheuerlich. Kinder, die ohnehin schwere gesundheitliche Probleme haben, dem Risiko einer noch nicht zugelassenen Impfung auszusetzen? Was ist daran ethisch? Von der Frage, wie ethisch eigentlich allgemein die Erprobung von Impfstoffen am lebenden Kinderobjekt ist, ganz zu schweigen. Selbst unter der Annahme, dass Kinder mit schweren gesundheitlichen Problemen durch eine Off-Label-Impfung gegen Corona vor einem schweren Verlauf der Erkrankung hätten geschützt werden können, mögliche Risiken einer aus guten Gründen noch nicht zugelassenen Impfung einfach so auf die Seite wischen? Wird ein solches Verhalten den Ansprüchen einer Vorsitzenden des Ethikrats gerecht? Während ihrer Zeit als Ethikratsvorsitzende forderte gar der Humangenetiker und Mitglied des Ethikrats Wolfram Henn, dass Verweigerer einer Corona-Impfung auf eine Beatmung im Falle einer Erkrankung verzichten sollten. Ein Widerspruch der Vorsitzenden des erlauchten Gremiums ist nicht bekannt. Birx erhöhte sogar öffentlich den Druck auf Ungeimpfte, indem sie in einem Spiegelinterview auf die Frage, ob eine moralische Pflicht zur Corona-Impfung bestehe, mit Ja antwortete. Birx empfahl der Gesellschaft, impfen, was die Spritze hergibt. Dass die Vorsitzende des Ethikrats eine komplexe, individualmedizinische Entscheidung eines jeden einzelnen Bürgers zu der Frage der Moral machte, verweist auf eine Ansicht, die ihrer Position nicht gerecht wurde. Der Ethikrat täte im Übrigen gut daran, sein eigenes Handeln und das Agieren von Birx in der Corona-Krise einer externen kritischen Aufarbeitung unterziehen zu lassen. Insbesondere auch im Hinblick auf die bekannt gewordenen massiven Impfschäden, dem damit verbundenen Leid, aber auch in Anbetracht der RKI-Protokolle, die zeigen, auf welch wackeligen Beinen die angeblich so wissenschaftlichen Richtungsentscheidungen standen, ist das dringend notwendig. Denn auch hier gilt nicht, hinterher ist man immer schlauer. Vielmehr gilt für einen hochethischen Brain-Trust, man hätte es wissen können. Doch in Bezug auf Birx gibt es ein weiteres Problem. Wann und wo hat sich Birx einer kritischen Öffentlichkeit den Vorwürfen gegen sie gestellt? Hat sie an irgendeiner Stelle öffentlich mit Fundamentalkritikern die Diskussion gesucht? Im Internet findet sich ein Video aus dem vergangenen Jahr. Das Video zeigt, wie Birx von der Journalistin Giovanna Winterfeld auf der Straße auf ihrem Weg in ein Hotel mit einer Frage konfrontiert wird. Sie haben als Vorsitzende des Ethikrats gesagt, die Impfung sei nebenwirkungsfrei und man müsse die Maßnahmen hoch eskalieren. Was sagen Sie heute dazu? Verlinkt im Artikel ist zu sehen, wie Birx dem Eindruck nach Regelrecht ins Hotel flüchtet, sich nicht den Fragen der Reporterin stellt. Gewiss, die Ethikerin ist nicht dazu verpflichtet, einer Reporterin auf der Straße Rede und Antwort zu stehen. Aufgrund ihrer selbstgewählten öffentlichen Position darf man ihr aber sehr wohl die ethisch-moralische Verpflichtung zuschreiben, sich den Fragen einer kritischen Öffentlichkeit zu stellen. Und zwar nicht auf den gefälligen Bühnen der Pseudokritik, sondern dort, wo es wehtut und unangenehm ist. Birx versteht es sehr pointiert, ihre Sicht generalisierend als Wahrheit innerhalb der großen Diskursplätze der Medien, die eine große Reichweite bieten, darzustellen. Sie sagte etwa vor einem Millionenpublikum bei Lanz, Hinzu kommt auch, dass diese mRNA-Impfstoffe, das ist ja so ein elegantes Verfahren, die zerfallen, dann werden die abgebaut, dann sind sie weg, die kann man nach zwei Wochen überhaupt nicht mehr nachweisen. Die interessierte Öffentlichkeit lernte später, das war falsch. Laut einer Pressemitteilung weigerte sich Birx auch an einer Aktion der Macher von Alles auf den Tisch teilzunehmen. Hinzu kommt, auf dem Portal X werfen Nutzer Birx immer wieder vor, von ihr bei Kritik blockiert zu werden. Auch der Autor dieses Kommentars hat die Erfahrung gemacht. Sieht so eine offene Diskurshaltung im Dienste und Sinne der Demokratie aus? Auf der Internetseite der Bertelsmann Stiftung heißt es, wie Unternehmen und junge Menschen besser miteinander kommunizieren können. Ein Block ist der totale Kommunikationsabbruch. Ein Block ist die totale Verweigerung, mit dem Gegenüber zu kommunizieren. Besser miteinander kommunizieren? Die Stiftung nimmt wirklich eine Person als Kuratoriumsmitglied auf, deren Kommunikationsverhalten sich im Zusammenhang mit Kritik an ihr nur als katastrophal bezeichnen lässt? Die Bertelsmann Stiftung hält laut Website die Werte Demokratie und Zusammenhalt hoch. Wie passt das zu einer Ethikratsvorsitzenden, unter deren Führung ein Mitglied des Rats problemlos Ungeimpfte auffordern kann, auf eine Beatmung zu verzichten? Die ganze Solidargemeinschaft des Krankenversichertensystems über den Haufen geworfen, medizinische Versorgung für alle? Unter dem Tweet der Stiftung zur Aufnahme von Büx als Kuratoriumsmitglied folgt eine Kritik auf die nächste. Wer mit einer Frau Büx nach außen werben will, hat im harmlosesten Fall einfach nur nichts verstanden oder ist im schlimmsten Fall Teil des Problems. Und? Wohl eher eine Professorin für Gesinnungsethik, oder? Und? Damit ist der Verlag Bertelsmann für mich gestorben. Und? Unglaublich dumme Entscheidung. Das ist, wohlgemerkt, nur ein kleiner Ausschnitt aus den noch gemäßigten Kommentaren. Es ist schwer vorzustellen, dass den Verantwortlichen bei der Stiftung die Kritik an Büx in den letzten Jahren entgangen ist. Warum also nimmt die Stiftung Büx auf? Schon jetzt ist die Ernennung der ehemaligen Ethikratsvorsitzenden als Kuratoriumsmitglied für die Bertelsmann Stiftung ein PR-Desaster. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.